Jocelyn, fertig? Natürlich. Dann kommen Sie doch endlich. Sagen Sie nur, dass Sie eine Minute auf mich gewartet haben. Nummer? 92. Nein, 88. Nein, doch 92. Welche Einstellung? Was steht denn da? Totale. Also machen Sie doch endlich. Totale. Also, die Kamera steht da unten. Und wer ist im Bild? Ich natürlich. Und keineswegs total. Großaufnahme. Wo stelle ich mich hin? Da. Hier? Na da, an den Schlitten. Hier? Ja. Und wo steht die Kamera? Hier. Ach nein, Marc, nein, das ist unmöglich. Das ist mein schlechtes Profil. Hier ist meine Schokoladenseite. Jocelyn, hör bitte auf. Kinder, wir müssen doch weiterkommen. Nein, Marc, nein, das ist unmöglich. Wie sehe ich denn da aus? Und überhaupt, ich will in den Schlitten. Also, Schluss jetzt, die Kamera steht da und da bleibt sie auch. Ich kann ihretwegen nicht das ganze Buch ändern. Aber Marc, seien Sie doch nicht zu ungezogen. Ich bin ganz sicher, dass Sie das Buch ändern. Da ehren Sie sich aber. Ich denke nicht daran. Sollen wir hineingehen und Monsieur Morristel fragen? Kommen Sie. Gut, 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 gut. Kamera hierhin. Es macht Ihnen doch nichts aus. Dankeschön. Also, Jocelyn, Sie lehnen sich an den Herzog. Hier brauchen Sie nichts zu erklären. Bitte, wie Sie wünschen. Ist das gut so? Der Herzog ein bisschen dichter. Zu viel. So. Fertig? Ja. Herzog, die Zigarre weg. Ausdruck. Aufnahme. Die Antwort des Lehrers. Janett. Meine Absichten sind lauter euer Ehren. Und die Antwort des Herzogs hinaus mit Ihnen, Sie gemeiner Verführer. Gut. Lecure. Sie sollen hier in der letzten Stufe stehen. Entschuldigen Sie bitte, aber... Was denn? Ja, warum wirft er mich hinaus, wo ich da schon draußen bin? Das ist doch nur eine Redensart. Genauso könnte er sagen, hauen Sie ab oder kratzen Sie die Kurve. Dann wäre es vielleicht besser, wenn er sagen würde, machen Sie, dass Sie fortkommen. Sagen Sie, was geht das eigentlich Sie an? Das ist doch gar nicht Ihr Satz. Ja, aber ich muss darauf reagieren. Aber Sie sollen überhaupt nicht reagieren und nachdenken sollen Sie auch nicht. Denkende Schauspieler, das hat mir heute Morgen noch gefehlt. Das ist gut. Aufnahme. Wird erbaut Zeit. Gut. So, und weiter? Was war der Schluss? Sind Sie sicher? Ja, bestimmt. Also, Monsieur Nuttfeld, was ist? Ich hau jetzt ab. Nein, wir haben noch Aufnahmen im Park von Versailles. Also, hören Sie mal. Jetzt ist halb zwölf. In Versailles? Bis wir in Versailles sind, ist es dunkel. Aber Unsinn, das dauert nicht lange. Wir haben nur, äh, wie viele Aufnahmen? Nein, sechs. Sechs. Dauert eine halbe Stunde. Naja, ich muss pünktlich zu Hause sein. Nun regen Sie sich nicht auf. Sie werden pünktlich da sein. Schließlich werden Sie ja bezahlt. Jocelyne, Janett in meinem Wagen, die andere mit Renato. Das ist ein Gewerbe. Alles in Ordnung, Tadigo? Alles in Ordnung. Fahrt ihr schon? Ja, wir sind fertig. Ist alles gut gegangen? Ich hoffe schon. Ah, schön. Und er? Ist er da? Ja, drinnen. Bis seit Nachmittag, Bruder Herr. Drei. Pierre? Pierre? So, da bin ich wieder. Joche! Um Gottes Willen, Madame, was ist denn passiert? Bitte, rufen Sie die Polizei. Nun, Doktor, ich höre. Ja, wissen Sie, bei uns Gerichtsmedizinern ist die Diagnose eigentlich immer die gleiche. Exitus. Interessant. Darauf ist er aber kaum gekommen. Was soll ich Ihnen sonst noch sagen? Wo, wann, wie, warum? Wo? In seinem Büro. Wann? Vor drei oder vier Stunden. Wie? Das sehen Sie selbst. Warum? Das, lieber Freund, ist Ihr Gebiet. Ich gehe meinen Bericht schreiben. Prost. Sollten Sie das Resultat der Autopsie erhalten, wäre ich überglücklich, ohne Umwege zu erfahren, verehrter Meister. Tja. Was wollen Sie denn hier? Das Fenster zumachen. Sind Sie verrückt? Hier wird nichts, aber auch gar nichts verändern, verstehen Sie? Seid ihr fertig? Ich ja. Mach mal die Tardot-Skizze. Aha. Jusjalloh? Ja, was geht's? Der Chef ist da. Haben Sie sich verfahren, Chef. Ja, eine Stunde rutsche ich schon im Schnee rum und suche Sie. Der Fahrer sagt, Sie wären am Telefon so schlecht zu verstehen gewesen. So, sagt das der Fahrer. Sie sollten nicht alles glauben, was man Ihnen so sagt. Übrigens, was machen Sie denn hier draußen? Ich suche den Gärtner. Wem? Den Gärtner. In diesem Zimmer ist er getötet worden. Das Fenster war offen und schon frage ich mich, ob der Mörder da nicht eingestiegen ist. Hey, Sie da! Ich? Kommen Sie doch mal her. Also, Sie fragen sich, ob der Mörder hier eingestiegen ist. Genau das, Chef. Die Frage kann ich Ihnen beantworten. Nein. Und wieso nicht, wenn ich fragen darf? Vorausgesetzt, er hatte keine Flügel. Dann hätte er doch im Schnee Spuren hinterlassen müssen. Hat er aber nicht. Vielleicht ist es Ihrer Aufmerksamkeit in Gang, dass der Schnee hier weggeräumt wurde. Der Täter hatte also durchaus die Möglichkeit, die Spur zu verwischen. Womit denn? Mit einem Kamm oder mit einer Taschenschaufel? Was fällt Ihnen dazu ein? Nichts. Und genau deswegen möchte ich den Gärtner sprechen. Sie wollten mich sprechen? Kriminalpolizei. Haben Sie... Haben Sie überhaupt einen Ausweis bei sich? Ach, bezweifeln Sie, dass ich von der Kripo bin? Allerdings. Sie sehen eigentlich viel eher aus wie einer von diesen Filmen, Anis. Erlauben Sie mal. Sagen Sie, haben Sie bemerkt, ob sich heute Morgen hier jemand zu schaffen gemacht hat? Na, ich bin seit heute Morgen um 8 Uhr hier. Ich habe den Schnee weggeräumt, so wie es jetzt ist. Ich habe niemanden gesehen aus... Außer den Film, Heinis. Ja. Gut, danke. Halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Selbstverständlich. Wenn man so nett darum gebeten wird. Was haben Sie denn hier eigentlich gedreht? Na, für eine Illustrierte. Was heißt das für eine Illustrierte? Nun, eine Art fotografischer Comic-Strip. Ich lese das sehr gerne. Hier zum Beispiel. Ein etwas verkalkter Kriminalkommissar. Ja, das steht hier. Also, der hat ständig das Nachsehen gegen seinen jugendlichen Assistenten. Ein Mann in meinem Alter, mit meiner Figur. Und dieser jugendliche Assistent, der kommt auf eine Idee. Was? Der hat eine Idee? Da können Sie mal sehen, was sich diese Autoren so zusammenfaseln. Wer hat denn eigentlich den Mord entdeckt? Die Frau des Opfers. Die Frau des Opfers. Die Frau des Opfers. Na und? Ich meine, was wissen wir über Sie? Nun, gar nicht so übel. Sie ist Chefin von Frauen. Von Frauen? Ach so, Sie meinen, das Haus hier ist so eine Art von... Aber nein, Sie denken immer gleich ans Beste, Chef. Ich meine, die Frauenzeitschrift Frauen. Nie gelesen? Nein, ich komme so selten zum Friseur. Meine Herren. Ah, unser Doktor. Na, wie geht's, Kommissar? Nicht so gut. Wunderbar. Hat der den Tod festgestellt? Ja. Da hätten wir uns den Tod lieber genauer ansehen sollen, was? Also fassen wir zusammen. Der Mann saß hier. Ja, er saß hier und schrieb gerade auf seiner Maschine. Darf ich mir dabei die Bemerkung erlauben, Monsieur Bernard? Er wurde also durch einen Dolchstich in den Rücken getötet. Befand sich die Waffe hier im Zimmer? Ja. Die Scheide lag vorher hier auf der Erde, neben dem Kopf des Toten. Und das Ganze, pardon. Das Ganze hing vorher hier. Sie sehen, der Mörder hat es so eilig, dass er sogar den Nagel aus der Wand riss, als er den Dolch aus der Scheide nahm. Sonst noch was aufgefallen? Ja. Also im Augenblick nichts Besonderes. Darf ich mir jetzt vielleicht die Bemerkung erlauben? Ja, bitte. Der Tote hat uns doch einen wertvollen Hinweis hinterlassen. Sehen Sie hier, das Blatt in der Maschine. Der letzte Satz, den er getippt hat, ergibt doch auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Entzückendes Geschöpf, Ihr Herz, Telefon. Na und? Naja, vielleicht hat er unmittelbar, bevor der Tod eintrat, das Wort Telefon getippt, um uns auf die Spur des Mörders zu bringen. So, na das setzt allerdings voraus, dass er noch nicht tot war. Was denn Ihre Ansicht, Doktor? Möglich, durchaus möglich. Er ist wahrscheinlich innerlich verblutet. Er muss durchaus nicht sofort das Bewusstsein verloren haben. Ich meine, garantieren kann ich nicht dafür. Ja, aber wenn er uns seinen Mörder nennen wollte, warum hat er da nicht seinen Namen aufgeschrieben? Richtig. Naja, nehmen wir doch mal an, der Mörder kommt nochmal zurück. Er liest seinen Namen und vernichtet das Papier. Toll, die im Krimi. Also wissen Sie mal, lieber, da gibt es Kriminalautoren, die machen aus dieser Theorie allein drei Folgen. Sichern Sie mir lieber die Fingerabdrücke auf der Schreibmaschine für den Fall, dass der Mörder das selbst getippt hat. Jawohl, Kommissar. So, und wo ist denn nun die Dame des Hauses? Im Nebenzimmer. Die war noch gleich Ihr Name. Madame... Morristel. Nein, 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 ich... komme heute natürlich nicht mehr auf die Redaktion. Sicher. Oh, Monsieur. Ja... Miss Haberna, mag not fail, Sie wollen sich in meine Schwester sprechen. Ihre Schwester. Ja, danke, Mathilde. Ich bin der Bruder von Madame Morristel. Ach so. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe mich zu entschuldigen, Madame, und erlauben Sie mir, dass ich Ihnen mein Beitrag ausspreche. Danke, Kommissar. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Also, Sie haben den Toten entdeckt, Madame? Ja. Als ich nach Haus kam, gegen halb zwölf. Ich war mit meinem Dienstmädchen einkaufen. Und wann haben Sie Ihren Mann verlassen? Eine Stunde vorher. Er war in seinem Büro. Ja, und die ganze Zeit, als meine Schwester weg war, haben wir im Garten gearbeitet, mein Team und ich. Praktisch vor der Eingangstür. Demnach, Madame, waren Sie die Letzte, die Ihren Mann lebend gesehen hat. Nein! Wieso? Ja, das war ich. Wann? So gegen Viertel vor elf habe ich Monsieur Morristel wegen einer Textänderung aufgesucht. Mein Schwager kümmerte sich um die Foto-Roman-Seite in der Zeitschrift, die meine Schwester leitet. Ja, ja, das weiß ich. Also um 10.45 Uhr lebte er noch? Ja. Ist danach noch jemand ins Haus gegangen? Jemand von Ihrem Team zum Beispiel? Tja, das ist durchaus möglich. Sogar ziemlich sicher. Es wird immer viel hin und her gegangen. Übrigens, wenn Sie fragen wollen, mein Operateur und mein Scriptgirl sind gerade gekommen. Ja, gern. Jedenfalls kann man das Haus nur durch die Eingangstür betreten. Ja, oder durch die Küchentür. Ach so. Das ist ja richtig, nicht? Ja, natürlich. Gut, ich danke Ihnen, Madame. Delfin, willst du nicht einmal den Kommissar von dem Vorfall erzählen, letzte Nacht? Und was war das, Madame? Ja, die Sache war so, gegen Mittagessen kamen meine Schwester und mein Schwager. Madame, bitte. Madame, bitte. Ich kam mit meinem Mann aus Paris zurück. Und als wir mit dem Wagen hier am Haus einbogen, da sahen wir einen Mann im Scheinwerferlicht. Es sah so aus, als wollte er ins Haus eindringen. Er ist dann natürlich sofort geflüchtet. Ja, das ist ein sonderbarer Zufall, nicht? Ja. War jemand gestern Nacht im Haus? Jochette, unser Dienstmädchen. Hat sie etwas gesehen oder gehört? Ich hab sie noch nicht gefragt. Wo ist sie? Ich muss sie. Lass mich das machen. Sehen Sie mal, was ich hier gefunden habe, Monsieur Jeannot. Was denn nun schon wieder? Ein Brief, adressiert an das Opfer. Der Inhalt, Sie haben sich geweigert, mich anzuhören, aber ich verlange von Ihnen, dass Sie nachdenken. Wenn man einen Menschen zur Verzweiflung treibt, ist er zu allem fähig. Unterschrift Michel Lecure. Zu allem fähig. Und das noch unterstrichen. Er ist gestern aufgegeben worden. Ich würde ihn dem Chef zeigen. Mit einem schönen Gruß von mir. Und seinen Vorschlag mit dem Autor für die drei Krimi-Folgen, den werde ich mir überlegen. Aber wenn der Mann ins Scheinwerferlicht getreten ist, dann müssten Sie ihn doch erkannt haben. Einen Augenblick, Chef. Entschuldigung, Madame. Willen Sie sich das machen? Herein. Madame Marseille Georgette, bitte kommen Sie rein. Ich bin gleich bei Ihnen. Wo war das? Unter der Schreibunterlage. Was ist denn? Unterschrift? Michel Lecure? Wie bitte? Michel Lecure. Kennen Sie den Namen? Der Kür? Nie gehört. Madame, wissen Sie, wo Ihr Gatte den Schlüssel zu seinen Schreibtischschubladen aufbewahrte? Wahrscheinlich doch wohl an seinem Schlüsselbund, würde ich annehmen. Wir haben alle Schlüssel durchprobiert, aber keiner passt. Dann weiß ich es auch nicht. Schade, wirklich sehr schade. Haben Sie schon unter dem Blumentopf nachgesehen? Unter dem Blumentopf? Ja, unter dem Blumentopf, der am Fenster hängt. Nein. Doch. Soll ich es Ihnen zeigen? Ich bin entzückt. Und schon folge ich Ihnen, Mademoiselle. Ein bisschen Erde, ein Blatt, eine tote Fliege, sonst nichts. Hm, komisch. Vielleicht war es im anderen drin. Danke. Bitte sehr. Warte. Und Sie haben den Namen Likür wirklich noch nie gehört, Madame. Oft soll ich mich noch wiederholen. Woher wussten Sie denn, dass der Schlüssel unter den Blumen lag? Beim Gießen habe ich ihn neulich gefunden, Madame. Mademoiselle. Ja, Monsieur? Waren Sie gestern Nacht allein im Haus? Ja. Sie hatten keinen Besuch. Was denken Sie von mir, Monsieur? Das Beste, Mademoiselle. Und darum die Frage. Was haben Sie um Mitternacht gemacht? Um Mitternacht? Da habe ich natürlich geschlafen. Nun, so natürlich finde ich das gar nicht. Sind Sie nicht von irgendwelchen Geräuschen geweckt worden? Ach, wissen Sie, wenn ich erst einmal schlafe, dann... Ich habe noch nicht einmal gehört, dass Monsieur Madame nach Hause kam. Na ja, gut, etwas anderes. Lassen Sie die Küchentür immer offen? Die Küchentür offen? Ich meine, schließen Sie sie nicht ab. Doch, immer. Das heißt, immer, wenn ich weggehe. Und heute Morgen? Heute Morgen auch, da bin ich ganz sicher. Ich habe den Schlüssel sogar mitgenommen, als ich mit Madame wegging. Na ja, danke schön. Danke schön. Es scheint also festzustehen, der Mörder konnte nur durch den Haupteingang ins Haus. Guten Tag, Herrschaften. Ja, das ist mein Scriptgirl, Janette Theret, mein Kameramann, Renato Puzzoni. Er hat mir gesagt, dass seiner Meinung nach mein Schwager schon um elf Uhr tot war. So. Wie kommen Sie denn darauf? Monsieur Notfail hatte mich zur Rückseite des Hauses geschickt. Ich sollte eine Aufnahme von dem Bürofenster machen. Ja, die Story, die wir gerade drehen, heißt das Fenster zum Garten. Und ich brauchte diese Aufnahme als Titeluntergrund, verstehen Sie? Ja, ja, und weiter? Als ich dort ankam, war das Fenster geöffnet. Und Monsieur Moretel lag auf dem Boden. Wieso? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber eben. Wenn er nicht auf dem Fußboden gelegen hätte, dann hätte ich ihn doch sehen müssen. Wieso? Also, das müssen Sie mir zeigen. Darf ich vorausgehen? Ja, bitte. Hier. Hier. Hier habe ich gestanden und die Aufnahme gemacht. Janot. Ja? Setzen Sie sich mal an den Schreibtisch. Sehen Sie, Herr Kommissar? Tatsächlich. Er hätte ihn sehen müssen. Allerdings, Sie haben recht. Also, war er bereits tot. So. Und warum soll er seinen Schreibtisch nicht für ein paar Minuten verlassen haben? Und wiedergekommen sein, als Sie bereits weg waren? Von dem Wetter, ja, das stimmt. Na ja, gut, das ist möglich. Aber genauso gut könnte er bereits tot sein. Ja, natürlich könnte er das. Und um das herauszufinden, sind wir hier. Hallo, Janot. Was gibt's, Chef? Wo war der Dolch? Hier. Nein, wo er hing. Das ist natürlich gleich ganz was anderes. Hier. Na, halt aber die Scheide hin. Da, wo sie hing. Erinnern Sie sich daran, ob der Dolch noch dort hing, als Sie das Foto machten? Wenn er nämlich nicht mehr dort hing, dann wäre es so gut wie erwiesen, dass Monsieur Moristel zum Zeitpunkt Ihrer Aufnahme bereits tot war. Ach so. Ach so. Ja. 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 Wenn Sie mit Ihrem Team heute Morgen jemand ins Haus gegangen ist. Ja. Ja. Unser Regisseur, Monsieur Notville. Ja. Das habe ich Ihnen ja bereits gesagt, Herr Kommissar. Und außerdem? Außerdem Monsieur Lecure. 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 Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ja. Lecure. Lecure, sagen Sie? Ja. Ein Schauspieler. Michel Lecure? Genau. Wo wohnt denn der? Adresse Jeannette. Ruebouvi 23. Nein, 25. Nein, 23. 23. 23. Danke. Monsieur. Lecure, wohnt der hier? Ja. Aber er ist nicht da. Sind Sie Madame Lecure? Nein. Eine Nachbarin. Wollen Sie seine Frau sprechen? Was ist denn Madame Girard? Hier fragt einer nach Ihrem Mann. Kommissar Bernard von der Kriminalpolizei. Polizei? Ach du liebe Güte. Lassen Sie den Herrn herein. Ist das da hinten? Ja, ja. Ja. Polizei. Oh, entschuldigen Sie bitte Madame. Ich wusste nicht. Treten Sie doch näher Monsieur. Sie wollen meinen Mann sprechen? Ja. Er ist nicht da. Dann nehmen Sie doch Platz. Danke. Er hat Probe im Theater. Ah ja? Wann kommt er denn nach Haus? Oh, sehr spät. Die letzten Tage nie vor Mitternacht. Das ist immer so, kurz vor der Generalprobe. Dann gehe ich doch am besten zum Theater. Ja. Ich weiß nicht, ob man Sie reinlässt. Monsieur Rouleau ist der Regisseur und dann... Na ja, versuchen können Sie es ja mal. Im Theater Montparnasse... Danke. Ich versuche mal mein Glück mit. Regisseuren habe ich bereits Erfahrung. Darf ich mal telefonieren? Selbstverständlich, Herr Kommissar. Vielen Dank. Ist doch nichts passiert? Ich meine mit meinem Mann? Nein, nein. Bitte beunruhigen Sie sich nicht. Das ist nur eine Auskunft in einer Routinesache. Hallo, Jeannot. Ja, ich bin gleich fertig. Ich mache gerade Inventur in den Schubladen hier im Büro. Och, alles Mögliche. Ja, aber das könnte interessant sein. Ein Foto. Da weiß ich noch nicht. Ja, so gut. Dann treffen wir uns in unserem Laden in einer Stunde. Ende. Haben Sie mich gerufen? Nein. Aber Sie müssen gefühlt haben, wie sehr ich Sie vermisse. Schauen Sie sich das mal an. Kennen Sie den Herrn? Natürlich, das ist Monsieur. Und neben ihm? Das ist... Nun? Das ist die Freundin von Monsieur. Gut. Sehr gut. Und wie heißt sie? Das weiß ich nicht. Fragen Sie doch Madame. Ach, die weiß Bescheid. Natürlich. Was denken Sie denn? Das ist alles. Sie können gehen. Leider. Wie bitte? Nichts, gar nichts. Und sagen Sie Madame, dass ich Sie sprechen möchte. Madame? Ja, die trauernde Witwe. Ja, Herr Rhein? Oh, Madame. Können Sie mir bitte sagen, wer diese junge Dame ist? Das ist die Geliebte meines Mannes. Ja, das weiß ich. Aber wer ist sie? Das ist eine kleine Komparsin, die Sie für eine große Künstlerin hält, die wir manchmal beschäftigen. Jocelyne Theret. Mhm. Haben Sie Ihre Adresse? Ja, die muss auf der Dispo stehen. Sie hat ja heute Morgen Aufnahmen. Aha. Ja. Richtig. Ja, das ist alles. Sie können gehen. Kommst du vor. Monsieur. Um, äh, jeden Missverständnis vorzubeugen, möchte ich Ihnen sagen, dass meine Schwester diesem Verhältnis keinerlei Bedeutung beimaß. Ah. Das war ja sehr nett. Jedenfalls hier Monsieur. Haha. Ja, wenn Sie es so sehen. Ja, ja, so sehe ich das. Warum erzählen Sie mir das eigentlich alles? Oh. Meine nur. Hören Sie zu. Im Augenblick verdächtigt kein Mensch Ihre Schwester. Dann müsste ich ja alles hier im Hause verdächtigen. Angefangen bei Ihnen. Wieso bei mir? Hören Sie zu. Wenn Ihre Schwester die Erste war, die Moristel tot gesehen hat, dann waren Sie der Letzte, der ein Leben gesehen hat. Oh nein. Verzeihung, nicht der Letzte. Jemand ist noch nach mir in diesem Zimmer gewesen. Aha. Und wer? Na, diese, äh, Michel Lecure. Ja. Ja? Guten Abend, Liebes. Habe ich dich aufgeweckt? Ich habe noch nicht geschlafen. Schon fast zwei Uhr morgens. Ich kann nicht einschlafen. Dann nimm doch eine Tablette. Du weißt doch, man lässt sie mir nicht mehr in Reich weiter. Bei dir? Alles gut gegangen? Ja, nun. Bisschen müde. Aber es geht gut voran. Rollo ist wirklich ein fantastischer Regisseur, weißt du. Ja? Na ja, das sind für Neancen, für Kleinigkeiten. Der ist sehr zufrieden mit mir. Heute Abend hat er gesagt, alle Achtung, gut wie Sie das machen. Sehr gut. Michel. Ja? Warum lügst du? Aber ich schwöre dir, das hat er mir gesagt. Heute Nachmittag war ein Kommissar da von der Polizei und wollte dich sprechen. Ich habe ihn ins Theater geschickt. Er war dort. Und er hat dich nicht gefunden. Heute Nachmittag? Ja, das haben wir auch gar nicht im Theater probiert. Maria hatte ein bisschen Grippe und da haben wir bei ihr zu Hause eine Durchsprechprobe gemacht. Der Kommissar hat mit Sirollo selbst gesprochen. Sirollo kennt dich überhaupt nicht. Alles gut. Ich wollte es dir eigentlich noch nicht sagen, aber schließlich, wo du es schon weißt, es stimmt nicht. Es hat nicht geklappt mit dem Theater. Warum nicht? Ach, da gibt es viele Gründe. Aber jetzt läuft sich alles wieder zurecht. Du kannst ganz beruhigt sein. Na ja, ich habe Boutillon getroffen. Kennst du ihn doch auch noch? Er gibt Klassiker-Martinine in den Schulen. Ja und? Er hat mich regelrecht überfallen. Ja und lauter interessante Rollen, die er mir angeboten hat. Na ja und da habe ich ihm zugesagt. Ja und seit acht Tagen probiere ich bei ihm. So ist das. Das hättest du mir doch aber sagen können. Hm? Eine Tournee in den Schulen. Ist das nicht ein bisschen? Aber nein mein Liebes. Wenn du nicht für mich zu sorgen hättest, ich meine, wenn du mich nicht am Hals hättest, würdest du dann auch zugesagt haben? Ach, natürlich. Ganz bestimmt. Ich spiele viel über Klassiker als Gott weiß was. Und dann beruhige dich. Alles geht gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Was wollte denn der Kommissar? Auch eine Auskunft, glaube ich. Er hat seinen Namen da auf einen Zettel geschrieben. Na ja. Eigentlich sollte ich ihn anrufen und mich entschuldigen, ne? Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Ich erkläre ihm alles. Mach mal noch was zu essen hier. Jetzt schlaf. Ich hab dich sehr lieb, Pastor. Ich dich auch. Schlaf schon. Jawohl, Herr Kommissar, ich mache auf. Was ist denn nun passiert? Ist das die neuste Mode? Nein. Das heißt, da ist eine Dame bei Monsieur Jeannot und ich hab die gar nicht reingehen sehen. Ach, und jetzt wollen Sie hören, was sie sagt. Das musst du doch fühlen. Seltsam, nicht? Du musst es doch fühlen. Nimm die Hand weg. Toll, was? Weil ich einmal mit einem... Holst du mir lieber meine Zigarette, die hab ich im Wagen gelassen. Jawohl, Chef. Ich bin doch immer nett zu dir gewesen. Und ich könnte noch viel netter sein, wenn du mich Mr. Juicen vorstellen würdest. Na, dem Oscar-Preisträger, du kennst ihn doch. Ach, sag ich auch. Was machen Sie denn da? Ah, Sie sind's, Chef. Ich höre gerade die Bänder, die ich in Morris' Schreibtisch gefunden habe. Der Bursche war geradezu süchtig nach Bandaufnahmen. Der hat einfach alles aufgenommen. Von der Geschäftsbesprechung bis zum intimsten Täter Tät. Na, vielleicht ist was Interessantes für uns dabei. So, meinen Sie. Ich hab allerdings mir den Eindruck, als ob Sie sich aus den Bandaufnahmen private Anregungen holen. Mein Gott, wird man hier verkannt. Gibt's was Neues? Zunächst die Untersuchung der Fingerabdrücke. Ja, was ist damit? Also, auf dem Dolch waren die Spuren abgewischt. Und auf den Tasten der Schreibmaschine sind nur die Fingerabdrücke des Opfers. Herein. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag lieber, Doktor. Ausgerechnet der. Da Sie den Papierkirch zu sehr schätzen, bringe ich die Munition. Hier ist mein Bericht von der Autopsie. Um wieviel Uhr ist er gestorben? Es steht alles hier geschrieben. Ungefähr um elf. Ungefähr auf die Stunde genau? Äh, anders ausgedrückt zwischen zehn und zwölf. Und so was nennt sich genau? Aber was wollen Sie? Der Mann war nüchtern. Geben Sie mir einen Toten, der etwas gegessen hat, und ich sage es Ihnen auf die Viertelstunde genau. Aber einen Toten, der nichts gegessen hat, der kann man eigentlich nur raten. Ja, Glück muss man haben. Alles, was ich Ihnen mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass Ihr Mann ein Magengeschwör hatte. Apropos, Kommissar, haben Sie immer noch das lästige Aufstoßen? Hm, von Zeit zu Zeit. Sie futtern zu viel. Eines Tages werden Sie damit großen Ärger bekommen. Es sei denn, Sie sagen mir, dass Sterben nach einem fetten Braten ein schöner Tod ist. Naja, bis später. Wiedersehen. Wann wird denn der pensioniert? Ende des Monats. Höchste Zeit. Kann den Kerl nicht ausstehen. Aber recht hat er. Herein! Wie gehört denn, Chef? Ja, danke. Und soll ich Ihnen noch was zu essen holen? Ja, und dann ist da noch ein Mann, der nach Ihnen fragt. Wer? Ein Monsieur Lecure. Ah, das wollte ich Ihnen noch sagen. Seine Frau hat vorhin angerufen. Sehr reizend, dass Ihnen das jetzt schon einfällt. Alles gut. Füllen Sie ihn in mein Büro. Ich komme gleich nach. Sie können schon reingehen. Der Chef kommt gleich. Sie können sich auch hinsetzen. Wir von der Polizei sind gar nicht so böse wie in den meisten Filmen, nicht? Nein, nein. Auf dem Stuhl. Das ist nämlich der sogenannte Geständnisstuhl. Der was? Beruhigen Sie sich doch. Sie nehmen auch die Zeugen Platz. Ich komme ja gar nicht als Zeuge. Auf jeden Fall sitzt hier jeder, also setzen Sie sich. Oh. Bitte weiten Sie doch Platz. Wollen Sie sich Ihr Mandel ablegen? Können Sie eigentlich das heute Mittag erwachen zum Lokaltermin? Ich habe mir erlaubt zu kommen, weil ich das Missverständnis von gestern Abend aufklären wollte. Ich... Bitte. Ach, um uns zu sagen, dass Sie nicht im Theater Montparnasse probieren, sondern bei einem gewissen Herrn Routéon. Ja, das haben Sie Ihrer Frau doch erzählt. Sie hat nämlich vorhin bei uns angerufen. So. Sehen Sie, mein Kollege war so neugierig, das nachzuprüfen. Weder dieser Monsieur Routéon kennt Sie noch der Regisseur Rouleau im Montparnasse. Was soll denn dieses Verhör bedeuten? Ich habe doch nur ein Recht auf ein Privatleben. Ich bin niemandem Rechenschaft darüber schuldig. Sie scheinen zu vergessen, dass Monsieur Morristel gestern Morgen ermordet wurde. Und Sie waren in der Villa. Und in der Nacht vorher hat ein Unbekannter versucht, in die Villa einzudringen. Möglicherweise waren Sie das auch. Immerhin hatten Sie Monsieur Morristel zwei Tage vorher bedroht. Ich? Ich habe Monsieur Morristel niemals bedroht. So. Und was ist das hier? Sie haben an Morristel geschrieben, wenn man einen Menschen zur Verzweiflung treibt, ist er zu allem fähig. Zu allem fähig. Allem unterstrichen. Ist das keine Drohung? Nein. Mehr eine Bittschrift. Eine Bittschrift? Ja. Beruflich habe ich zur Zeit eine schreckliche Pechsträhne. Ich muss annehmen, was sich mir bietet. Auch diese Fotoromane. Leider. Und weiter? Monsieur Morristel wollte mich nicht mehr beschäftigen. Und warum? Er wollte überhaupt keine Schauspieler. Statisten sind. Billiger. Ach, und deshalb haben Sie an Morristel diesen Brief geschrieben. und gestern Morgen in seinem Büro die Antwort geholt. Ja. Ja oder nein? Ja. Ja, aber wir haben uns nur ein paar Minuten unterhalten. Und wie viel Uhr war das? Ungefähr um elf. Und als Sie Monsieur Morristel verließen, da lebt er natürlich noch. Ja, natürlich. Und der Unbekannte, der vorgestern Nacht in Monsieur Morristels Villa wollte, das waren Sie selbstverständlich auch nicht. Nein, wirklich nicht. Wo waren Sie denn vorgestern Nacht? Bei... bei... wo? Bei... bei wem? Bei einer Dame. Ach, bei einer Dame. Na, das hätte ich mir fast denken können. Ihre Frau liegt tot, kommt zu Hause, aber... na ja, das ist Ihre Sache. Jedenfalls verlange ich von Ihnen ein hieb- und stichfestes Alibi. Wie heißt die Dame? Ihr Name? Ja. Ich kompromettiere die Dame nicht. Ach, Sie weigern sich den Namen zu nennen? Ja. Wie Sie wollen. Aber... Auf eines mache ich Sie aufmerksam. Wenn ich etwas wissen will, ich erfahre es immer. Sehr schön. Nochmal ein Züchtig, bitte. ... die aktuellen Rundschau von Radio Paris begegnet... ...Sonstellin... ...Mathemase Teret, einmal für den Fliegerau aktuell... ... die junge Künstlerin, die trotz des großen Verlustes, den sie betroffen hat, heute bereits wieder bei der Arbeit ist. Einmal für... ... Beauty Building Center, mitten im Herzen von Sarri. Bereitet Sie sich auf Ihren ersten großen Film in Hollywood vor. Ich hoffe nur, dass ich dazu in der Lage bin. Ich meine Seele. Ich muss mich fotografieren, natürlich. Und jetzt einmal von hinten finde ich die Garonne. Kann sie wieder ordnen, Monsieur Moretel, schon lange? Über zwei Monate. Er war ein Wunder voller Mensch. Ich hatte ihn auf einer Cocktailparty kennengelernt und er wollte sich durchaus um eine Karriere bringen. Und jetzt ist alles so schrecklich leer. Ich störe doch hoffentlich nicht. Von welcher Zeitung sind Sie? Polizeihecho. Ach, wie freue ich mich, Sie zu sehen, Herr Kommissar. Ja, ich mich auch. Was ist Ihre Ansicht, Herr Kommissar? Ich habe keine Ansicht. Glauben Sie auch in die Hypothese von Verbrechen aus Leidenschaft? Was, was, was ist das für eine Geschichte? Werde was von Verbrechen aus Leidenschaft erzählt? Ich, Herr Kommissar. Also, das ist doch die Höhe. Ihr erscheint nicht zum Lokaltermin. Sie haben es nicht nötig, uns wissen zu lassen, wo Sie sind. Und wo finde ich Sie? Hier, umgeben von Reportern, wie Sie irgendwelche Märchen erzählen. Wollen Sie damit sagen, dass die Geschichte von Mademoiselle Tirell gelogen ist? Ich muss Ihnen mal eine Erklärung bitten, Herr Kommissar. Ja, die können Sie haben. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Wie bitte? Ja, Sie auch. Los, raus! Wenn wir dann praktisch noch nicht passiert haben. Nur wird die Informationspflicht der Presse getufen. Wozu haben Sie die Journalisten hier bestellt? Nun, es ist schon traurig genug, was mir passiert ist. Da sollte es wenigstens zu etwas nützen sein. Zu was? Na ja, dass man ein bisschen von mir spricht. Na gut, dann sprechen wir mal ein bisschen von Ihnen. Wir erzählen also jedem, der es hören will, es handele sich um ein Verbrechen aus Leidenschaft. Was? Ich habe nicht gesagt, dass es eines ist. Ich habe nur gesagt, es könnte eines sein. Warum? Nun, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber helfen Sie mir mal. Danke. Aber Pierre, das heißt Monsieur Morristel, war mein ständiger Begleiter. Was? Na ja, so sagt man beim Film, wenn man mit jemandem geht, wussten Sie das nicht? Nee, das wusste ich nicht. Und Sie sind der Meinung, dass Madame Morristel... Oh nein, nicht Sie, nein. Mein Verflossener. Ja. Renato. Renato Bozzoni, der Fotograf. War das auch Ihr ständiger Begleiter, wie man beim Film sagt? Ach, wissen Sie, das ist ein ganzer Roman. Renato war der Verlobte meiner Schwester. Ah. Janette, Sie kennen Sie doch. Na ja. Also, er war Ihr richtiger Bräutigam. Und so, Anfang des Jahres hatte ich keine Lust mehr, Maniküre in der Provinz zu spielen. Ich ging also nach Paris und wollte zum Film. Mein Vater sagte einverstanden, aber nur unter der Bedingung, dass du bei deiner Schwester wohnst. Na ja, dann habe ich eben bei meiner Schwester gewohnt. Und haben wir den Bräutigam ausgespannt? Oh, da brauchte ich mir wirklich keine große Mühe zu geben. Ach. Ich kann nichts dafür, aber... Aber alle Männer laufen hinter mir hier. Wegen Renato hatte ich natürlich ziemlich einen Krach mit meiner Schwester. Sie liebte ihn nämlich wirklich. Aber was wollen Sie machen? Ich habe mir gedacht, ein Fotograf beim Film ist doch immerhin ein Anfang. Ist doch richtig, oder? Na ja, und weiter? Na ja, und dann hat Renato mich beim Fotoroman untergebracht und so habe ich eben Pierre kennengelernt. Er schaute mir tief in die Augen und sagte, aus dir, mein Kind, mache ich einen Star. Na ja, und dann habe ich ihn machen lassen. Mit Renato habe ich natürlich Schluss gemacht. Natürlich. War er sehr böse. Du lieber Himmel. Ich hätte nie gedacht, dass er so eifersüchtig sein kann. Na ja, als Italiener. Nun meinen Sie, Renato müsste der Mörder sein? Das sage ich doch gar nicht. Ich sage nur, dass er gestern Morgen während der Dreharbeiten ins Haus gegangen ist. Sie bestreiten das also nicht? Nein, natürlich nicht. Warum sagen Sie das erst jetzt beim Lokaltermin? So, Schluss für heute. Schicken Sie die Leute nach Hause. Sie haben mich nicht danach gefragt? Herr Kommissar, Schluss für heute, meine Herren. In die Wagen, ab ins Präsidium. Aber ich habe doch nichts getan. Für mich ist diese Puppe sowieso gestorben. Sollen Sie doch schlafen, mit wem Sie will. Sie kennen sie nur noch nicht. Für die Publicity würde sie ihre eigene Mutter verkaufen. Und Gott weiß, was erzählen. Erzählen Sie mir lieber, was Sie in dem Haus gemacht haben. Ich bin auf die Toilette gegangen. Ach so, ja. Ja, das überzeugt mich. Ich schwöre es Ihnen! Wie drüber war das? Das war, als ich die Aufnahmen hinter dem Haus gemacht hatte. Ach, das berühmte Foto. Haben Sie es entwickelt? Ja. Und? Sie werden es nicht glauben, aber es ist die Wahrheit. Beim Entwickeln habe ich den Verschluss zu früh geöffnet. Der Film ist verschleiert. Das ist ja wirklich jammerschade. Ich schwöre Ihnen, es ist wahr! Ihr Pech? Das Foto hätte möglicherweise bewiesen, dass Monsieur Moristel schon tot war, als Sie ins Haus kamen. Der kommt nicht. Glauben Sie, Sie drücken besser als ich? Pardon, meine Herren. Madame de Listrac musste die Setzerei zum Umbruch. Sie erwartet sie dort. Das ist ja nett von Madame de Listrac. Wer ist denn das? Meine Informantin. Spezialistin für Herzensangelegenheiten in der Zeitschrift Frauen und bestgehasste Freundin von Madame Moristel. Und was hat sie gesagt? Beispielsweise, dass Madame Moristel Tennismeisterin von Paris war. Und was hat das mit unserem Wort zu tun? Vielleicht sehr viel. Immerhin. Sie hatten einen berühmten Service. Aber ich habe noch etwas, Chef. Die Moristels waren erst seit zwei Jahren verheiratet. So? Ja, vor zwei Jahren befand sich Madame Moristel, die damals noch ihren Mädchennamen hatte, die aber schon die gleiche Zeitschrift leitete, in einer ziemlich prekären Situation. Die Zeitschrift war pleite. So pleite, dass sie gezwungen war zu verkaufen. Da begegnete sie Moristel, der gerade aus Afrika kam. Seine Liebe war ein bisschen mitgenommen. Er war auch nicht mehr der Jüngste. Aber er hatte Geld. Das hat er mit Erdnüssen verdient. Nun, da hat sie ihn geheiratet und die Zeitschrift war wieder flott. Fragen über Gruppensext und E-Kommune, wo sie grundsätzlich ablehnen. Wir sind eine seriöse Frauenteitschrift. Punkt. Absatz. Wuhu, ein bisschen. Hallo, das ist Kommissar Werner. Entschuldigung. Wir müssen entschuldigen, dass ich Sie hergebeten habe. Aber wir haben heute Umbruch. Bitte machen Sie weiter. Madame, mein Mitarbeiter sagte mir, dass Ihrer Meinung nach Madame Moristel ihren Mann aus purem Egoismus geheiratet hat. Nein. Egoismus, das ist nicht das richtige Wort. Ich würde sagen, aus Opfergeist. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie sie mir einmal sagte. Meine gute Mathilde, sagte sie, Machen Sie Absatz hier. Er ist zwar ein Wilder, aber ich muss mich opfern, um die Zeitung zu retten. So. Und Monsieur Moristel? Ach, ja. 20 Jahre hat er nichts anderes gesehen als Negerinnen und Erdnisse. Und dann Delfin. Versessen Sie sich mal in seine Lage. Eine elegante Frau, attraktiv, begehrenswert. Er konnte sein Glück selbst nicht fassen. Na ja, dann waren doch beide Teile zufrieden. Genau. Anfangs ging die auch sehr gut. Pierre besaß so viel Takt, sie nicht in der Leitung der Zeitschrift einzumischen. Er beschäftigte sich lediglich mit seinen Fotoromanen. Aber es dauerte leider nur kurze Zeit. Bis er sich dann in diese kleine Statistin verliebte. Typische Torschussbeine. Unglaublich, wie viel Unglück so ein später Frühling in eine Ehe bringen kann. Nehmen Sie sich nur in Acht, meine Herren. Ja, ja, danke. Ja, ja, und weiter? Oh, ja. Zur Katastrophe kam es Ende letzter Woche. Er wollte das Foto dieser kleinen Person auf die Titelseite der Zeitschrift bringen. Darf ich dich um eine Erklärung bitten? Wofür? Was ist das? Das Titelblatt der nächsten Nummer. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Mein lieber Pierre, du hast eine Geliebte, meine Twiggen. Offenbar findest du bei ihr all das, was du bei mir zu vermissen glaubst. Aber wenn du von mir verlangst, dass ich ihr Foto auf das Titelblatt meiner Zeitschrift bringe, hast du dich verrechnet? Ich verlang es doch gar nicht. Ich verlang es doch gar nicht. Was soll denn das nun wieder heißen? Nur, dass das Foto auf die Titelseite der nächsten Nummer kommt. Bist du so sicher? Mhm. So sicher solltest du nicht sein, verstehst du? Noch bestimme ich. Tja, Madame. Aber ich bezahle, verstehst du? Und da ich bezahle, werde ich künftig auch entscheiden. Wie bitte? Ja, Madame. Ich finde, es reicht jetzt. Du hast lange genug mit meinem Geld herumexperimentiert. War nämlich so neugierig, meine Nase mal in deine Buchhaltung zu stecken. Sehr schön sieht es da nicht aus. Wir setzen bei jeder Nummer zu. Und ich habe nicht die geringste Absicht, weiterhin mein Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Und was soll das heißen? Hm. Was das heißt? Ich werde die Leitung der Zeitschrift übernehmen. Und um gleich damit anzufangen, wird die Aufmachung völlig geändert. Du musst verrückt geworden sein. Und was willst du aus der Zeitschrift machen? Ein Blatt, das sich verkauft, Madame. Über die Einzelheiten der Operation reden wir morgen. Ich gehe jetzt schlafen. Und der Gedanke, dass ich damit nicht einverstanden bin, ist dir nicht gekommen? Das, meine Liebe, würde ja bedeuten, dass ich darüber nachgedacht hätte. Und dazu ist mir die Sache zu unwichtig. Was ich sage, geschieht und damit basta. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja gehen. Du und dein Bruder und deine ganze Klick. Ich halte niemand. Gute Nacht. Zu Verständnis hat mir Delphine gleich am nächsten Morgen Bescheid gesagt. Sie war vollkommen fertig. Und hat Monsieur Morristel getan, was er vorhatte? Ja. Dazu hat er keine Zeit mehr. Na. Ach ja. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sie herbieten sollte. Es war ein schrecklicher Kampf zwischen meiner Freundschaft zu Delphine. Den Wunsch, ihr jede Aufregung zu sparen. Einerseits. Und andererseits, ach, dem Pflichtgefühl eines guten Bürgers. Pflichtgefühl hat gewonnen. Bitte. So sind Sie hier. Ja. 13 Stockwerke hoch. Ja. Nicht wahr? Ich wusste, dass wir uns unter Psychologen gut verstehen würden. Guten Abend, Janett. Guten Abend. Darf ich reinkommen? Wenn du zu Jocelyn willst. Die ist nicht da. Wieso Jocelyn? Ich will zu dir. Zu mir? Ja. Bitte komm rein. Du hast gearbeitet? Ich tippe den Plan für morgen. Bitte, ich höre. Oh, das ist neu. Du sagst. Sonst hat sich aber nichts verändert. Bist du hergekommen, um das festzustellen? Nein. Also, was willst du? Dich sehen. Dich sehen. Nur so sehen? Ja. Hast du vielleicht was zu trinken? Einen Scotch? Ja, aber ohne Eis. Weißt du, deine Schwester benimmt sich ziemlich mies. Durch ihr dummes Gerede hat sie mir die Polizei auf den Hals gehetzt. Und jetzt versuchen die mir etwas anzuhängen. Aber das können sie doch gar nicht. Oh, hast du eine Ahnung. Wenn du ihn nicht getötet hast? Und du hast ihn doch nicht umgebracht. Natürlich war ich es nicht. Ich kann sogar beweisen, dass ich es nicht war. Dann tu es doch. Nein. Und warum nicht? Nein, dann muss ich noch jemand in die Sache hineinziehen. Und das... Nein, das will ich nicht. Und wen? Nein, ich will es nicht sagen. Wie du meinst. Aber ich muss aus der Sache raus. Und da habe ich mir gedacht, du könntest mir dabei helfen. Ich? Ja. Und wie? Wenn du zum Kommissar gehst und ihm sagst, wir beide wären wieder zusammen. Wie bitte? Naja, dann hätte er doch kein Motiv mehr für mich. Und er muss mich in Ruhe lassen. Verstehst du das? Überhaupt. Wenn du willst, kann doch alles wieder so werden, wie es war. Ich meine, du bist das Mädchen, das zu mir passt. Und du liebst mich doch auch noch. Ich fühle das. Also wie ist es? Glaubst du mir etwa nicht? Ich liebe dich. Raus! Ich schwöre dir, dass es wahr ist. Raus! Gut. Dann bist du schuld. Du ganz allein bist schuld, wenn ich ihn hochgehen lasse. Du bist schuld! Ja? Ja. Ja, ist gut. Ich sag dem Chef Bescheid. Tja, das war ja nun wirklich wenig nett von Ihrem Gatten. Du kannst abhauen. Du, dein Bruder und die ganze Clique. Das hat er doch gesagt. Wörtlich, oder? Sie sind gut informiert, Kommissar. Und mein Dienstmütchen hat ein gutes Gedächtnis. Waren das die Worte? Oder war das meine Freundin Mathild, ihr Ratgeber in allen Herzensangelegenheiten? Das ist im Augenblick völlig unwichtig. Sie haben recht, das ist unwichtig. Hauptsache, man weiß, dass man sich auf seine Freunde genauso wenig verlassen kann wie auf sein Personal. Also? Was also? Was wollen Sie von mir hören? Dass ich die ideale Verdächtige bin? Das gebe ich zu. Das haben Sie gesagt. Aber es ist doch so. Ja, ich habe meinen Mann nicht geliebt. Ich habe ihn nie geliebt. Er hat mich gereizt. Er wollte mich um eine Zeitschrift bringen. Und ich bin Alleinerben seines Vermögens. Na bitte. Da hatte ich doch alle Motive, um ihn umzubringen. Nur schade, ich war es nicht. Schade für Sie. Denn mein Mann war schon tot, als ich nach Hause kam. Was zu beweisen wäre, Madame. Nein, nein. Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie sich endlich um diesen Unbekannten kümmern wollten. Der in der Nacht vor dem Mord in unser Haus eindringen wollte. Ja, 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 der große Unbekannte. Ich habe ihn gesehen. Das sagten Sie bereits, Madame. Und mein Mann auch. Ja. Aber er kann es nicht mehr bestätigen. Thierry. Nein, Ihre Schwester. Jeannette Thierry. Ich muss Sie sofort sprechen. Nein, persönlich. Ich glaube, ich weiß, wie er Monsieur Morristel getötet hat. Ja, ich komme sofort. Du bist noch weg? Ja. Wohin? Ich habe noch etwas zu erledigen. Wer ist es denn? Was? Der Mörder. Hallo? Ja, die Lokalredaktion, bitte. Den Reporter, der heute Morgen bei mir war. Jocelyne Thierry. Ach, Sie sind es selbst. Passen Sie auf, es ist sehr wichtig. Schreiben Sie in das Interview von heute Morgen. Meine Schwester kennt den Mörder. Also, Mademoiselle, wir hören. Mit vier Ohren, sozusagen. Sie wissen doch, dass Monsieur Morristel ein eigenartiges Hobby hatte. Er nahm ein Wort und machte aus denselben Buchstaben ein neues. Zum Beispiel Rasen und Arsen. Er liebte solche Wortspielereien. Vor allem mit Personennamen. Ja, ich weiß. Und weiter? Da habe ich an das Wort gedacht, was er noch kurz vor seinem Tod getippt hat. Telefon. Ja, das ist uns bekannt. Sehen Sie, in dem Wort Telefon sind alle Buchstaben des Namens Nortifil. Und Nortifil ist sein Schwager Marc. Interessant. Dankeschön. Aha. Und Sie meinen, dass er uns noch sterbend seinen Mörder nennen wollte. Ja, das meine ich. Sonst noch was? Also, jetzt hören Sie mal zu, Mademoiselle. Das sind doch Alberneheiten. Mit einem Dolch im Rücken hat man keine Zeit mehr für sein Hobby. Ich weiß nicht. So unmöglich ist das nicht. Der Gerichtsharzt hat doch gesagt, dass er nicht sofort tot war. Ja, hallo? Ach, Sie sind's. Wo denn? Nein, nein, bleiben Sie da und beobachten Sie, ob er wieder weggeht. Ich komme sofort. Tja. Telefon. Note fehl. Sie beide scheinen eines zu übersehen. Note fehl kann gar nicht der Mörder sein. Weil nämlich Michelle Lecure noch nach ihm bei Morristel war und ihn lebend gesehen hat. Einmal was. Wien? Ja. Ich bin's. Los, streng Sie ein. Und was sagt der Chef dazu? Mit dem habe ich gesprochen. Los, streng Sie ein. Sind Sie jetzt zufrieden? Jetzt wissen Sie, wo ich meine Abende verbringe. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Weil ich die Nase voll habe von Ihren Lügereien. Was ich will ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Haben Sie mich verstanden? Die Wahrheit ist, ich bin 46 Jahre und kein Mensch will mich mehr. Sie können das nicht begreifen. Sie kennen meinen Beruf nicht. Ja? Ich hatte Erfolg. Aber dann? Ja, dann wurden Sie arbeitslos. Das ist bitter, aber... Was wollen Sie denn noch wissen? Sie sehen hier, was ich jeden Abend mache? Ich wasche Autos! Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wegen... Wegen meiner Frau. Wieso? Sie soll nicht wissen, dass sie schon so weit mit mir ist. Sie... Sie ist gelähmt seit Ihrem Unfall. Sie weiß, dass sie... dass sie nie wieder gesund wird. Und sie glaubt, dass sie eine... eine große Belastung ist für mich. Also lass ich Sie dem glauben, dass alles in Ordnung ist. Ich sag ihr, wir... wir probieren abends. Und was glaubt Sie? Sie hat Vertrauen zu mir. Sie mir sehr harte Vertrauen, bis Sie gekommen sind. Naja, das konnte ich ja nicht wissen. Sie machen ja auch keinen Vorwurf. Also Sie sind jeden Abend hier? Auch Montag? Montag? Ja, am Tag vor dem Mord waren Sie da hier. Nein, Montag waren Sie denn da? Ich bin spazieren gegangen. Haben Sie da für irgendeinen Zeugen? Nein. Niemand. Leider. Dankeschön. Ich hoffe, dass Sie wenigstens diesmal die Wahrheit gesagt haben. Und sei es nur wegen Ihrer Frau. Gut. Ich danke Ihnen. Und... Entschuldigen Sie, dass ich vorhin so unhöflich zu Ihnen war. Und... Gute Nacht. ... Gute Nacht. Was fällt diesem Mädchen bloß an? Ja, sie ist modern, clever. Sie will Publicity und sei es. Auf meine Kosten. Meine Schwester wird der Polizei sensationelle Informationen geben. Sie hat den Beweis, um den Mörder zu überführen. Also noch ein paar Minuten, wir haben sämtliche Journalisten auf dem Hals. Haben wir bereits. Hier, Redaktion Le Mans. Sagen Sie mal, wie kommt es hier dazu, der Konkurrenz einseitige Informationen... Ausgezeichnet. Das Telefon steht nicht mehr still. Ja, und Sie sitzen da und vertröbeln Ihre Zeit mit dem Ding da. Also, stellt es weg. Schade. Wieso schade? Ja, dass Sie es nicht hören. Was? Ja, was ich gerade gehört habe. Ja, was denn? Nein, nein, ich will auf keinen Fall Ihre kostbare Zeit vergeuden. Na, dann eben nicht. Ja, aber ich bin sicher, Sie werden es bereuen. Also bitte lassen Sie hören. Sagten Sie bitte? Ich bin schon überredet. Sehr hübsch, das Foto. Sehr hübsch. Was bin ich an das? Was ist der? Jocelyn. Ähm, Jocelyn Theret. Allerdings. Das ist der Italiener, der Kameramann. Wo haben Sie das aufgenommen? Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Naja, ich habe es nicht genau verstanden. Am Plastigal, den schwarzen Papagei. Ja? Nein. Nichts Neues. Und wenn, dann würde es bestimmt nicht sofort der Presse geben. Ja, das können Sie schreiben. Warten Sie, Chef. Wir fangen doch mal von vorne an. Sehr hübsch, das Foto. Sehr hübsch. Was bin ich und das? Jocelyn. Ähm, Jocelyn Theret. Wo haben Sie das aufgenommen? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Naja, habe ich. Ich habe es nicht genau verstanden. Am Plastigal. Im schwarzen Papagei. Ah, richtig, natürlich. War ich ja letzte Woche. Sehen Sie? Das hatte ich beinahe vergessen. Wie heißen Sie doch gleich? Buzoni. Renato Buzoni. Ah, ja, richtig. Buzoni. Das war wirklich sehr nett von Ihnen. Aber deswegen hätten Sie sich nicht eigens hierher bemühen müssen. Trotzdem nochmals vielen Dank. Und? Hm? Wollen Sie nicht das Negativ haben? Nein. Wozu? Wenn Sie es nicht haben wollen. Ich glaube, ich kenne jemanden, der es sicher gern hätte. Hm. Wer ist denn das? Können Sie sich das wirklich nicht denken? Bin vielleicht ein bisschen schwer von Begriff, aber... Was wirklich nicht, wenn Sie meinen? Sie, Sie wissen es ganz genau. Wenn ich das Foto Ihrer Frau zeige, ist er teufellos. Mit diesem Foto als Beweisstück kann sich Ihre Frau sofort scheiden lassen. Und sie ist Chefin der Zeitschrift, bei der Sie beschäftigt sind. Sie wird sich scheiden lassen. Und sie rausschmeißen. Bravo, Menjue. Ich sehe, Sie sind wirklich gut informiert. Also, wie viel wollen Sie für das Negativ? Ich will kein Geld. Was wollen Sie denn sonst? Lassen Sie Jocelyn in Ruhe. Was? Das ist alles, was ich verlange. So was. Das hätte ich nicht erwartet. Sie sind ja wirklich ein prächtiger Bursche. Was? Ich bin jetzt in gar nichts an. Sie haben sie mir weggenommen, weil Sie damals der Stärkere waren. Jetzt bin ich dran. Und wenn Sie mir Jocelyn nicht wiedergeben, erzähle ich alles Ihrer Frau. Oh. Schön. Zunächst mal, ähm... Heute ist Montag, nicht? Ja. Ja. Und wann ist der Roman fertig, an dem gerade gearbeitet wird? Donnerstag. Ab Donnerstag lässt du dich hier nicht mehr sehen. Ich schmeiß dich nämlich raus, verstehst du? Ich schmeiß dich raus aus der Zeitschrift, die meine Frau leitet, wie du so schön sagst. Und da deine Arbeitserlaubnis Ende der Woche abläuft, bekommst du sie nicht erneuert. Und ohne Erlaubnis bekommst du keine Arbeit. Also musst du zurück. Zurück zu deinen Macaronis. Aber vorher gehst du noch ein bisschen ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie in deinem Land sowas behandelt wird. Aber hier kommen Erpresser ins Gefängnis. Und ich garantiere dir, dass du dort sehr lange schmoren wirst, Capito. Sie wollen mich nur einschüchtern, aber so dumm bin ich nicht. Sie haben keine Zeugen und können mir nichts beweisen. So. Meinst du? Und was ist das? Also erinnern Sie sich jetzt. Das war am Tag vor dem Mord. Sie versuchten die Bandaufnahme verschwinden zu lassen. Gegen Mitternacht wollten sie in die Villa eindringen, aber hier hatten sie zum ersten Mal Pech. Die Moris Tells kam nämlich zu früh nach Hause. Also gingen sie am nächsten Morgen ins Büro. Aber das ist doch Wahnsinn! Jetzt rede ich. Sie ermordeten Moris Tell, aber mit der Bandaufnahme hatten sie wieder Pech. Die war nämlich in einer Schublade eingeschlossen. Und der Schlüssel unter einem Blumentopf versteckt. Das haben sie nicht gewusst. Und das war ihr größtes Pech. Hieb und stichfest, oder? Das stimmt doch alles nicht. Erst nachdem ich die Aufnahme vom Garten zum Fenster gemacht hatte, bin ich ins Haus gegangen. Das haben doch auch alle anderen bestätigt. Naturalmente. Na und? Da war Monsieur Moris Tell schon tot, denn auf dem Foto ist der Dolch nicht zu sehen. Was ist das für eine Geschichte? Sie haben doch erzählt, dass die Aufnahme beim Entwickeln verdorben wurde. Sie ist nicht verdorben. Sie ist sogar sehr gut. Wollen Sie sie sehen? Ja, bitte. Hier ist sie. Sehen Sie, der Dolch ist nicht da. Und Sie waren es, der gesagt hat, das Beweis, dass Monsieur Moris Tell schon tot war. So. Sind Sie jetzt überzeugt? Noch nicht ganz. Nein, nein. Ich bin nämlich neugieriger als Monsieur Moris Tell. Ich möchte gern das Negativ sehen. Das Negativ? Ja. Warum? Weil man ein Foto retuschieren kann, aber auf dem Negativ sieht man das. Vermutlich haben Sie es nicht mitgebracht. Doch. Dann zeigen Sie es her. Die Lupe. Also gut, Sie haben recht. Sie können es nicht gewesen sein. Und Madame Moris Tell leider auch nicht. Kann ich jetzt gehen? Nicht so schnell. Warum haben Sie mir eigentlich das Foto nicht gestern gezeigt, als ich Sie danach fragte? Ich, äh, ich wollte Lecure nicht in die Sache hineinziehen. Wieso? Naja, er war doch der Letzte, der ins Haus ging, bevor ich die Aufnahme machte. Und da ich wusste, dass Herr Sauer auf Moris Tell war... Woher wussten Sie denn das? Und das habe ich vorige Woche bei den Aufnahmen gemerkt. Lecure, bitte auf Ihre Position. Licht! Moment, ich bin noch nicht fertig. Rechts eine Tür, bitte. Wie schnell, ich brauche Sie noch nicht. Herr Sauer ist ein heruntergekommener Schauspieler. Seine Frau ist gelähmt. Er liebt Sie sehr. Und, äh, um Sie nicht zu enttäuschen, tut er so, als ob eine ganz große Karriere machte. Und abends geht aber nicht, wie er vorgibt, ins Theater, sondern wäscht Autos in der Tankstelle. Das hört sich gut an. Gut, das ist großartig. Hätte nie gedacht, dass man Herrn Schwager so etwas einfällt. Das ist doch nicht möglich. Was? Nein, nein, das können Sie doch nicht machen. Ich meine, diese Geschichte... Doch, doch, das ist unser nächster Foto-Roman. Ich glaube übrigens, da ist etwas dringend für Sie. Das darf er nicht. Ich habe es noch nur erzählt, um ihm klar zu machen. Ich meine, er kann doch nicht mein persönliches Schicksal... Was denn, was denn, Michel, das... Sind Sie? Na ja, nicht... Nicht ganz. Nein, nein, aber... Aber schon... Schon ein bisschen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Monsieur Morastel meine persönliche Notlage dazu ausnutzen würde, dass er meine Mitteilung... Naja, wissen Sie, ich bin nur der Regisseur. Die Geschichten schreibt er. Es wäre also besser, wenn Sie sich direkt an ihn wenden würden. Ich meine, vielleicht zieht das ein. Nein? Und da haben Sie ihm also diesen bewussten Brief geschrieben. Leise bitte. Ich habe ihn angefläht, doch nochmal darüber nachzudenken. Und Sie haben ihn bedroht. Und dann wollten Sie sich eine Antwort holen. Das haben Sie mir doch selbst erzählt. Ja, aber ich bin gar nicht im Büro gewesen. Was? Nein, im letzten Moment vor der Tür habe ich gezögert. Ich hätte Angst, immerhin... Danke. Ich meine, ich lebte ja von ihm. Ich bin also gar nicht erst reingegangen. Ja, warum haben Sie mir dann zuerst erzählt, dass Sie ihn gesehen hätten, dass er lebte? Haben Sie darauf auch eine Antwort? Das war dumm von mir, ich gebe es zu. Aber versuchen Sie doch mal, sich in meine Lage zu versetzen. Als ich Monsieur Notfail bat, mich für ein paar Minuten zu entschuldigen, wollte er wissen, warum. Ich sagte, dass ich Monsieur Morristel sprechen wollte. Natürlich konnte ich mir denken, dass Notfail es Ihnen später erzählen würde. Jetzt sollte ich Ihnen gestehen, dass ich zu feig war, bei ihm reinzugehen. Ich hatte Angst, würden wir sowieso nicht glauben. Da haben Sie auch ganz recht, Monsieur Lecure. Aber ich schwöre Ihnen, es ist wahr, ich... Dann hören Sie mir mal gut zu. Wenn Sie mich diesmal wieder angelogen haben, dann werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Ich Sie dem Untersuchungsrichter vorführe, prügele ich Sie halbtot. Und wenn mich das meine Stellung kostet, haben Sie mich verstanden? Sie sollten einen Menschen, der es gut mit Ihnen meint, wirklich nicht so belügen. Sie sollten einen Menschen, der es gut mit Ihnen verstanden hat. Ich dachte, die Geschichte ist vorbei. Ein junges Mädchen kennt doch angeblich den Mörder. Woher weißt du denn das? Aus der Zeitung. Hast du es nicht gelesen? Nein. Da auf Seite 4. Jocelyn Therray, meine Schwester, kennt den Mörder. Jocelyn Therray, meine Schwester, kennt den Mörder. Musik 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 Lassen Sie sich ruhig Zeit. Haben Sie es gesehen? Natürlich. Und was soll das? Oh, nichts Besonderes. Nur wenn es stimmt, dass Lecure gar nicht mehr ins Büro gegangen ist, da können nur Sie der Mörder sein. Aber vielleicht hat Lecure gelogen? Genau das ist die Frage. Er oder Sie? Tja, bis auf den kleinen Unterschied, dass ich gar kein Motiv hatte. Immerhin sind Sie der Bruder von Madame Auristel. Und die hatte ein Motiv. Sehr komisch. Was finden Sie? Ja, ich würde sogar sagen, das ist grotesk. Er wurde zum Mörder, weil seine Schwester retten wollte. Sieht, das ist eine gute Story für einen neuen Foto-Roman. Wissen Sie was, Kommissar? Sie sollten so etwas schreiben. Sie sind sehr begabt. Das sehe ich anders. Ich glaube, ich bleibe besser bei meinem Beruf. Ja, und ich besser bei meinem. Nein, jedenfalls liegt mir die Rolle des Prügelknappen gar nicht. Ja. Na, da kann ich jetzt wohl gehen. Chef! Jeanne Therese ermordet worden. Was? Ist sie tot? Nein, natürlich nicht. Sie liegt im Krankenhaus zu den frommen Schwestern. Dann drücken Sie sich gefälligst korrekter aus. Mit anderen Worten, man hat versucht, sie zu ermorden. Sehr richtig, Chef. Aber hätte ich das gesagt, dann hätten Sie jetzt bestimmt noch nicht Ihren Mantel an. Sehr witzig. Und nehmen Sie unseren Freund hier gleich mit. Der ist zuständig für Ihre Klamotten-Gags. Von Berufssägen. Komisch. Ich hatte die ganz anders in Erinnerung. Das ist sie ja auch gar nicht. Zimmer 23. Sie bleiben am besten draußen. Man soll krank am ersten Tag nicht gleich zu viel zumuten. Kommissar Bernard, Mademoiselle Therese. Ja, aber nur fünf Minuten. Der Oberarzt hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen. Wenn Sie mich weiter so unterstützen, dann brauche ich vielleicht nicht mal fünf Minuten. Ich dachte, ich bin beim Film. Aber meine Herren, alle möchten handeln. Ich sagte doch schon, wir standen am Bahnsteigrand und gerade in dem Moment, als der Zug kam, fielen sie auf die Schiene. Dann war es also doch ein Unfall. Aber natürlich nicht. Sie ist vor den Zug gestoßen worden. Da gibt es gar keinen Zweifel. Haben Sie nicht gesehen von wem? Aber wie konnte ich das? Es ging doch alles so schnell. Und jetzt wollen Sie also Ihre arme Schwester im Krankenhaus... Darf ich unterbrechen, Kriminalpolizei? Mademoiselle Therese, haben Sie auf dem Bahnsteigrand deinen Bekannten gesehen? Nein. Es waren so viele Leute da und ich habe auch nicht aufgepasst. Ja, und als ich sie fallen sah, da bin ich auch in Ohnmacht gefallen. Um wieviel Uhr war das? So elf. Danke. Was haben Sie eigentlich heute Morgen gemacht, Monsieur Notfair? Ich? Ja, ja, heißt denn noch jemand so? Ich bin gegen neun aus dem Haus gegangen und habe mir eine Zeitung gekauft. Welche Zeitung? Den Figaro, warum? Und dann? Dann bin ich in einen Café, habe gefrühstückt und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und dann sind Sie im Laufe des Vormittags nicht mehr von zu Hause weggegangen. Doch, so gegen Viertel nach zehn. Wohin? Auf Motivsuche in der Bois de Boulogne. Allein? Ja. Gut, warten Sie auf mich. Ja, was denn? Hört denn das überhaupt nicht mehr auf? Nein, noch nicht. Aber ich bin sicher, jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Drei Minuten dreißig. Ich jedenfalls habe Mademoiselle Theret geschont. Den Rest müssen Sie schon alleine machen. Ah, Janot, haben Sie die Telefonnummer von Lecure? Natürlich. Ähm, natürlich in meinem Büro, meine ich. Dann wollen wir es aufsuchen. Sofort. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Und gute Besserung. Hallo? Ja? Nein, mein Mann ist nicht da. Er ist gegen halb elf weggegangen, gleich nach Ihrem Besuch. Herr Kommissar. Nein, er hat mir nicht gesagt, wo er hingeht. Gut. Ich danke Ihnen, Madame. Wie bitte? Ja, ja. Ich habe die Zeitung gelesen. Danke. Also. Auf Wiedersehen, Madame. Mein Gott. Ja, natürlich, das ist es. Ja, natürlich, das ist die Lösung. Das war doch gar nicht zu übersehen. Oder?